Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch Dogs Featured. Wir sind hier gerade beim Einkampf, wie ihr sehen könnt. Wir haben in der letzten Folge aufgehört. Aber hier sind noch zwei... Ja, wir haben noch alles, wenn wir die Scherz sind. wie hat die rüstung der drohne geschwächt der drohne ist wieder online schalte eine andere station ich glaube es wird unsere letzte runde jetzt sein sie werden es euch nicht ist natürlich wieder die verstärkung ausschalten ist ja klar holy shit alter oh fuck ich bin tot was war das denn gerade alter das hat der mal richtig reingehauen fang ich jetzt wieder von vorne an bitte nicht ja ich fang wieder von vorne an ok kleine waffen richten nichts aus gegen die drohne die cash trägt vervollständige die netzwerkbrücke um die imp stationen einzuschalten kass hat verstärkung angefordert wie überraschend ja ihr habt meine pläne ruiniert dezember vorüber ich befreie die stadt ein für alle mal ich befreie die stadt ein für alle mal ok warte die Die erste EMP-Station ist erschöpft. Starte die nächste mit einer Netzwerkbrücke. Achtung, weitere Verstärkung! Aufpassen! Es war ja klar, dass noch mal mehr Verstärkung kommt. Was ihr seht, ist die Zukunft. Die nächste Form des Sicherheitswesens. Ihr werdet mir nicht im Weg stehen. Ton kommt jetzt glaube ich auch, ne? Ihr werdet mir nicht im Weg stehen. Perfekt. Genau, jetzt kommen die zwei Drohnen noch. Die ist weg. Und die ist weg. So, das müsste jetzt alles verliegen werden. Warte mal. Zack. 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 Einmal kurz nachladen, dann direkt. Und noch mehr. Stimmt, das sind die beiden Jungs noch. Um mit diesem Panzer fertig zu werden, musst du an eine EMP-Station mit Strom versorgen, in dem du die Zweitumleitung abschließt. Führe ich hier selbst Gespräche? Nein. Wohin? Äh, wohin? Äh, wohin? Wohin? Auf. Wohin? Der EMP hat die Rüstung der Drohne geschwächt. Angriff? Ey, dein Ernst!? Kartoffel für Wohin nicht? Der Schiff der Drohne ist wieder online. Schalte eine andere EMP-Station ein. Achtung. Er hat Verstärkung angefordert. Äh. Euer Kampf ist sinnlos. Sie werden es euch nicht danken. Aller vermüht euer Opfer umsonst. Okay, 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 okay. Wo beginnt das? Wo beginnt das? Wo beginnt das? Lass eine Munition nehmen. Okay, hier. Takeoff. So. Hier. Komm, steh doch auf, steh doch auf, steh doch auf. Okay. Niemand hat gesagt, es ist klar, wenn ihr euch geht. Alter, ich kann die gar nicht zur Ruhe, ne? Hier ist nicht zufrieden. Sie hat Glück gehabt. die die station wieder online oder du hast keine chance schließt die das gibt es nicht das gibt es schon wieder ja du hast da kein so noch mal in ruhe noch mal in ruhe bitte ja komm noch mal vielleicht habe ich auch den falschen agenten ich weiß es nicht deine waffen richten nichts aus gegen die drohne die kest trägt vervollständige die netzwerkbrücke um die stationen einzuschalten kass hat verstärkung angefordert wie überraschend ich befreie die stadt ein für alle die erste station ist erschöpft starte die nächste mit einer netzwerkbrücke achtung weitere verstärkungen aufpassen was ihr seht ist die zukunft modernste front des sicherheitswesens ihr werdet mir nicht im weg stehen ihr werdet mir nicht im weg stehen auch ja ja wo ist jetzt der andere gewesen auch Ja! 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 Du musst die EMP-Stationen mit Strom versorgen, um durch den Panzer zu kommen. Schließe die Netzwerkumleitung ab. Ja! 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 Oh! Ja! 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 Okay... So... Hier ist noch eine Drohne! Ja! 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 Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Ah, ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. ich muss jetzt hier endlich mal die zweite stupe machen wo fängt das ganze hier an das tut weh das tut weh das tut weh um mit diesem panzer fertig zu werden musst du eine station mit strom versorgen indem du die netzwerk umleitung abschließt ich war schuss haben wir die rüstung der drohne geschwächt der schild der drohne ist wieder online schalte eine andere station ok jetzt uns nur auf diese facken die dinge euer kampf ist sinnlos sie werden es euch nicht danken an eure mühen eure opfer umsonst an eure mühen eure opfer umsonst geht doch da hinten hin ja ich bin tot ich bin tot ja ich krieg's nicht hin geht doch darum die ecke egal du sollst da und egal du sollst da nicht rauf gehen ehrlich auf kopf 1 Was dauert da so lange von da? Ich bin tot. Nee. Jetzt aber. um mit diesem panzer fertig zu werden musst du eine station mit strom versorgen indem du die netzwerkumleitung abschließend führe ich hier selbst gespräche dann führst du nicht weg aber richtig glück gehabt aber auch teilweise diese steuerung ist zu behindert manchmal was das macht er die raketen so jetzt kann ich mich in ruhe so in bewegung bleibens schließt die netzwerk um leitung ab um die emp station mit strom zu versorgen nein ich bin unterbeschuss ich kann das nicht ja ich weiß gerade nicht ja es kommt aber immer mehr ja abhauen ein bisschen oh digga Lauf doch! Das ist deine Chance, Schaden zu verursachen. Keine Zeit verschwenden. Ich bin gleich tot. Oh, hast es geschafft. Das war ein Acht. Das war ein Acht. Maltrick Kass jetzt noch. Na klar kommt der noch. Okay, Kass. Was ist, wenn ich jetzt sterbe, fangt das wieder ganz von vorne an. Bringen wir es zu Ende. Ich führe Lomba wieder zu wahrer Größe. Okay, das ging aber schnell. Das ging schnell. Töte ihn. Ich bin beeindruckt. Glaubst du deine kleine Widerstandsgruppe kann London beschützen? Bereiter als du es je warst. Oh, dieser Job ist so undankbar. Und die Leute erhassen dich am Ende dafür. Sogar wenn es zu ihrem Besten ist. Komm, töt ihn einfach. Lassen wir doch die Leute entscheiden, was zu ihrem Besten ist. Das ist der Sex fataler Fehler. Ihr glaubt an die Menschen. Ihr rekrutiert einfach alle. Stürmt direkt von der Straße. Tja, früher war ich genauso. Dann wurde ein guter Mann getötet. Gut, das war's. Bosskampf beendet. Ja, sehr schön. Ja, Freunde. Cage ist tot. Tja, dann streichen wir Nigel Kess mal von der Liste. Ein Jammern. Er wäre ein toller Zero Day gewesen. Wir haben noch jede Menge Arbeit. Kess ist vielleicht weg, aber Albion verschwindet nicht so leicht. Die werden sich neue Ausreden einfallen lassen, warum sie auf den Straßen gebraucht werden. So sieht's aus. Aber wir haben uns trotzdem eine kleine Pause verdient. Auch von Zero Day. Maske... Ohne neue Maske haben wir. Gut. Schützer, welche Mission kommt denn als nächstes? Albion Kapitel abgeschlossen. Das wahre Gesicht. Wenn gute Menschen Trophäe erhalten, wenn gute Menschen nicht und weiter kann ich nicht lesen. Dead Sack Kapitel begonnen. London erhebt sich. Dead Sack Party. Gut Leute, nicht mehr in dieser Folge. Hey, ihr habt einen Irren ausgeschaltet. Dead Sack. Ging nicht anders. Das sollten wir feiern. Und da ich jetzt nicht mehr von einem Psychopathen gejagt werde, würde ich gern mal euer Versteck sehen. Führt mich hin. Besuche die Dead Sack Party. Ja Leute, das machen wir. Aber in der nächsten Folge lasst gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.